oh hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu spay first feudal und ewas muss mir gar wieder in der steuerung so bisserl eingewöhnen denn ich habe es ein paar tage nicht spiel ich weiß aber noch dass unsere leute ganz ganz dringend etwas zu essen brauchen deswegen müssen wir mal kurz gucken wo waren ganz befehle dafür art ist art ist meine meine woodkarte warrior hunter mit zwei stück auf jeden fall die neue to put habt ihr nichts mit zum sagen als von denen kann ich auch noch kraft oder habe ich das jetzt aufgenommen ich glaube ich habe es aufgenommen verdammt das war natürlich ist nicht ich wollte es nicht essen ich wollte es eigentlich nicht essen filter nach mahlzeit nach dass du hier ich glaube wir haben das problem dass man hier nichts mit den namen hier weit wir haben nichts mehr für heiz übrig okay das heißt da müssen wir auch noch kurz was bauen und zwar mit mir auf dem platz hin warum das geht gar nicht das geht gar nicht okay was ist denn hier für eine bild drin nichts okay dann machen wir das ganze heit rein ja wahrscheinlich nicht schlechteste so ihr wollt ach jetzt haben wir auch noch wollte zu bekommen ach deswegen hat die ganze zeit nichts gemacht ist da rein darum mehr als genug platz dafür so wie schätzen aus wir haben bestimmt doch nichts mehr so weit zu essen das heißt wir können uns hier mal ganz kurz ausruhen hoffentlich beton auf ein bisschen zumindest stolz war noch übrig ich hatte 20 minuten essensvorräten aus mir hat noch paar schafe park hier so es gebe was zu jagen so ist es ja mal nicht so ist es ja mal nicht questung welche eine farm solch machen ja das will ich haben ihr habt bloß normale knüppel sowieso ausschaut als krieger naja gut was was braucht es auch nicht mehr da braucht es auch nicht mehr so auf forschung aber momenten auch nichts ach da ist es eine flachsfarm ich kann ich damit fax ich kann damit flachsfelder aufbauen ok die frage ist nur wo wir das flachsfeld aufbauen jetzt haben wir jens aufbauen einfach so zu gaudi so quasi ich glaube das kann man so lassen es kommen mehr als zu lassen muss ich so wie großartig bauen so was ich weiß gar nicht wenn ich dafür baue in der sichel ich glaube dafür baue in der sichel habe habe ich zumindest irgendjemanden da nicht hier machen kann oder hunter meiner woodcutter war ihr hunter jetzt hat gerade nichts zu machen wir sind unter angriff natürlich natürlich warum auch nicht allemal bitte zurück nach hause wir müssen uns verteidigen und ich habe noch gehört jemand möchte ich das mit paar ätche zuschlage okay das können wir natürlich machen insofern ich sie jetzt gerade finden ja ich glaube ich bin doof ich bin doch wo habe ich die peitschen getan okay okay ich glaube wir gehen mal lieber rüber na komm dich hab dich kriegen wir doch so kein verloren bei der aktion ein paar pfeile zu bekommen noch passt schon mal es war sogar vier stück hier hat ich in gold und knüppel und waren als momentan als du mal was man so brauchen kann und du bist immer noch nicht weg schon du hast nichts mehr für mich dass einen neuen händler herkommen hast doch einen neuen händler herkommen und ich habe auch gemerkt dass ich die ganzen sagen wir mal so die ganzen sachen hier etwas anders hin strukturieren muss ganz ganz dringend sogar ja das ganze roma 30 gefressen oder was kommt schon das ist einfach nur irgendwas zu hoch und dann machen wir eine farm möchte jetzt nicht erforschen ganz wichtig ganz wichtig sogar das war's nicht das war's zu bleiben flachs ist kommen nämlich flachs anbauen das passt so weit ich möchte eigentlich eher was essen momentan aber ich glaube ich glaube da muss ich selber rausgehen in die weite in die prärie mit ganz viel glück noch etwas zu finden weil ich stehe kurzer ich bin hungrig ja ich bin hier nur ich weiß deswegen gehe ich jetzt auch runter und versuche ein stück fleisch zu ergattern sonst wird es nämlich eine ganz schön kurze folge eine richtig kurze folge werden ich hätte gedacht ich hätte noch was abbekommen so hier zack lass mich dich töten und fressen komm schon komm schon so zwei stück davon passt der rest wird verkocht äh haben wir noch welche hier ja noch ein paar kühe nimm alles mit ich werde dafür sorgen dass keiner von meinen leuten irgendwie großartig leiden muss so aus mehr zack zack nochmal mehr das ist genug fleisch na wobei ich nehme auch noch mit wenn wir schon mal unten sind dann könnte ich alles nur nehmen ja dankeschön damit wir auch wirklich 100%ig na komm put 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 alle durchbekommen jetzt soll ich nicht grad die kuh töten aber was solls kriegen wir auch noch hin kriegen wir auch noch hin 10, 9 oje ok na tough enough resources ja das ist schon gut ist schon gut und was mit dir willst du doch nichts mehr jagen oder ne hat sich anders entschieden gell ja ok rennen ist nicht so gut komm schon komm schon kann ich nicht mein Inventar jetzt nochmal fressen aber ok wird mir grad nichts anderes üblich außer zack einmal eins zu essen und dann ein bisschen Fleisch noch hier rein zu dampfen na du kannst nichts machen Moment ist nochmal gleich ist nochmal gleich ich bin am kochen meine Freunde ich bin am kochen craft hier komm bist du umfallen ok wir haben einen toten das ist nicht gut das ist überhaupt nicht gut so hier hin hier rup rein und den nächsten craften soviel du nur kannst craften bis zum umfallen alles reinpumpen ich kann mal gucken oder bin ich da so dankeschön dafür und immer schön weitermachen immer schön weiterarbeiten kein werkzeug so wie das problem mit dem werkzeug ok ok momentan mal klar mal klar so hier zack rein mit dir die nächsten erst 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 wir noch nie gegessen habt wir haben sie langsam ausruhen bis er schaut hu 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 habe ich denn schon alles ich habe noch nicht alles verarbeitet craft komm weiter geht's so lange ich power habe mache ich auch was ich weiß bin ich gerade alles aber was weiß als könig muss man hier auch ein bisschen was machen so die nächsten sechs steaks kommt alle steaks gegessen noch mal ein paar stück und direkt wieder machen ich habe keine werkzeuge mehr sowieso schaut ok das heißt so viel wie wir bräuchten einen artist farmer meiner meiner wepens missbrauchen wir genau und kann nämlich auch noch was machen und unser kleines fischstein weil wir tot zu sein das wollte mich jetzt mal ganz und gar nicht überhaupt nicht sogar schon wieder kein schon wieder kein essen so farmer ach das verarbeiten die ok meine hanta 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 so ja einmal ins gesicht ja ja wir gehen zum scharf schon über ich weiß irgendwas mit der dankeschön haben die vielleicht die haben auch noch fleisch übrig ok alles mitnehmen irgendwo habe ich wirklich noch die die peitsche aber ich weiß grad echt nicht wo ich hätte mal die aufnahmen angucken sollen alles mitnehmen so ochse du sollst doch hoffentlich ein bisschen mehr drauf haben lass dich kommen lass dich hauen lass dich klopfen lass dich klopfen lass dich klopfen oh ich bin kaputt ok ok moment nochmal kurz ausruhen ok dankeschön so noch mehr fleisch ich weiß nicht warum du ein religiöses schaf bist aber ok warum nicht ich würde mal sagen dich können wir noch klopfen und dann sollte man eigentlich wieder genug nahrung haben für alles und jeden ja komm hallo ich möchte nur dich noch einmal klopfen dankeschön auf nach hause ok ich muss gerade eine nachricht in diesem moment so muss gerade nebenbei noch ein bisschen im chat verlauf noch schreiben sowieso schon ok aber euch geht es wieder gut wir haben das einen einzigen verloren warum ist denn koloniestatus irgendwo muss noch dran stehen hier sieben stück aber ich meine dass wir bald noch wieder in achten bekommen das wäre gar wunderprächtige natur das würde mich mehr als freuen so was haben wir hier drei stück ja kurz hier kommt zack es wenn ich was machen kann immer her damit oh craft until x so viel wie ihr könnt als 6 könnt ihr echt machen bis zum bis zum vergasen da sage ich nicht nein dazu wie es zum umf war denn 30 stück hier schon wieder fast alles weggefuttert das ist echt fressrig und steuer das neue neue ist angekommen hunter so ein buch auf jeden fall er hat noch nicht noch massiv wenig alles gemacht hat irgendwelche probleme so kann doch bis was gelesen hierzu also wir bräuchten echt zu quasi ganz trinkt dass du hier mit fahren kämpfe wieser wäschen ins docking ist aber auch schon gemacht ja das bräuchten wir workbench ist bis sie also ja das macht er wieder so wie okay das heißt ich esse mich jetzt erst mal voll das geht mal ab und dann gehen wir kurz mal ein kleines bisschen schlafen auf ein kleines bisschen so dankeschön dann könnt ihr nebenbei nämlich etwas machen acht leute zu versorgen ist doch ein bisschen schwer haben wir es wieder auf jeden fall ach genau wir können auch gucken wenn wir auch ein paar seite glaube ich gebraucht oder ihr wer stellt denn hier seite her machen wir das hier hier machen wir seite seite indem er feilbote wurden thread machen und gucken wohl zu weit wird der feiber weiß seine braucht flachs ist andere braucht wolle tags du man wollte tun wir nicht machen hast du mir das mit der wolle produktion weg machen wo es wird du hier weg so das können wir machen mit feilb und feilb wenn wir es nach und nach anbauen das ist schon mal gut das ist schon mal sehr gut mir geht es auch soweit gut ich bin gerade ein bisschen rum gucken was man effektiver brauchen wir haben und werden es auch 75 minuten kommt der nächste aha wo er hatte wir halt auch haben drei stück wo er handel gerade war okay das viel das ist richtig viel sogar du hast gerade nichts zu tun wenn sie das hat auch nichts zu ernsthaft ihr habt alle nichts zu tun angeblich ja angeblich ja haben wir auch soweit was wir brauchen das kann ich mal gucken wo ist die peitsche die peitsche gefunden aber kurz aufstehen ich brauche die peitsche bei dem untertanen es wird zeit gepeitscht zu werden natürlich nicht natürlich nicht so einmal mitnehmen da bin ich mein inventar moment moment kann ich jetzt ja ich kann wieder bauen ich kann das wie ich dann bauen da 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 ich kann das wieder bauen ob das war zu viel das war zu viel bauen das zwei bilding ja okay das ist größer dann ist es halt ein kleines bisschen größer was soll es kriegen wir so auch noch in waffenschmied du hast echt nichts zu tun okay dann geben wir dir eine andere genugtuung noch und das wäre da bin ich doch zu hause du waffenschmied du machst dann einfach einen schäfer könnte man noch gebrauchen vielleicht wir haben keine kuh denn die kuh sagt nur okay vielleicht dann noch einen weiteren farmer machen wir aus dir einen kleinen aber feinen farmer ein farmer burpen ich glaube es ist ja mal angewachsen ist wird noch ein bisschen zeit vergehen du hast nichts mehr zu momentan okay artist macht das essen so wie es ausschaut okay das ist mehr als gut als verbrauchen okay haben wir auch immer rauch es möchte immer noch die tatsache dass wir zwei farben und nichts zu machen also ich habe sogar noch ich habe sogar noch wolle und besteck was ich als für zeug hier drin hier reinschmeißen warte keine ahnung paar hirn schmeißen bis sie halt moment moment konnte man nicht aus wolle moment wo und wasser wo haben wir wasser haben wir schon wir haben ein bisschen wasser okay dann du hier wirst auch zum artist als anscheinend haben wir bisschen mehr zu tun jetzt anscheinend haben ein kleines bisschen mehr zu tun ihr schlaft alle okay ist es auch so weit in ordnung zwischen da ich eingebaut bin gerade mal ich habe kein was hier in gebote aber ich habe es gebaut okay was ich habe es gebaut farmer kann ich es machen gerade gehört es kann schon gut sein kann sogar richtig gut sein er hat das gebäude muss auch weg aber hier wird auf jeden fall gerade fahrt noch ein gemacht beziehungsweise kann nichts ein straßen machen mit clay drei stück bräuchte von haben wir klein haben wir klein ja ein bisschen im tor ein bisschen ziemlich viel steine okay guck mal auch einiges grad da das heißt welche sachen bauen würde weil ich möchte eigentlich hier bricke aus obikas natürlich auch gut stone floor und eine straße an sich bräuchte straßen bauen das hier war ja nach vorne zu bekommen okay interior eisen luxus betten wird immer schöner wird sie unten okay heißt wir müssen steuern für rot eine straße wie ihr habt alle nichts mehr zu tun oder was ganz oft es gibt nichts mehr für euch zu tun die meine stadt das müssen wir ändern das müssen wir sowas verändern okay du profession wird es zum bilder abgestempelt warum eigentlich nicht so sagen wir wunderbar eine straße bauen es geht einmal um den kompletten platz herum film so also wenn das nicht ausreicht dann weiß ich ja auch nicht so da habe ich am liebsten gerade durchbauen geht durch nicht so ganz aber hier können wir ein bisschen was bauen so da ja na komm so sitzt passt und hat luft das kümmer als machen das wir können auch demnischen mine aber noch machen weil ich brauch definitiv noch mehr clay aber sowas von so aber als anfang erst einmal müsste ich ob das war falsch gerade überlegen kann ich vielleicht einfach hier wasser holen oder was das jetzt schon ein toll das was definitiv nicht bräuchten einmal dazu oder sowas wie wie ruhig denn wasser sagt hier zehn sehr viel zu wenig für das was ich hier machen möchte nach 40.000 hohe 40 stück davon aus der quelle die wahrscheinlich gar keine richtige quelle ist so dann haben wir gesagt ein bisschen wollte auch noch erholen geht aber natürlich bis zum unfallen momentan nur um dann zu sagen nur um dann zu sagen wir möchten europa fieber das war falsch das war falsch ich möchte das jetzt hier machen bis zu zehn kraft antil x ok das schaut schon mal besser aus das schaut schon mal wesentlich besser aus wenn wir unsere fotostelle auch machen können das wäre super kann man mich ein paar tiere holen und können endlich damit anfangen meine kleine farm zu bauen kann man gerade nichts schöneres vorstellen das war überhaupt ziemlich viel ziemlich viel wollte brauchen eigentlich zehn stück müssen wir noch holen das ist wie das ist wie die hier mit holen dann tun wir noch mal zweimal das hier machen und dann kann ich nämlich das hier machen kraft antlix wasser benötigt jetzt noch dazu ach komm schon ernsthaft sagt hier noch mal jede menge wasser also wenn das ist die aus rechtem wasser dann weiß ich auch nicht du bist jetzt sagen was bist du arbeiter du hast nichts zu tun das glaube ich dir sofort sei jetzt meine arbeiter es gibt ja vieles was ich nicht glaube aber das glaube ich auf jeden fall so kraft x20 einfach mal kraften hier das ist outwork das kann gar nicht sein es geht ums essen es geht hier definitiv ums essen da kannst du dich einfach mal so sagen wir haben nichts mehr das glaube ich nicht das glaube ich nicht okay habe ich noch was nein ich habe 18 robots gerade übrig okay und das ding ist bereits fertig ernsthaft so eine fressstelle heißt ich könnte es dann auch noch die viecher holen schätzungsweise jetzt bist du ein hunter in arbeiter drei plätze für minarbeiter sie müssen aussortiert werden nachdem unsere farme ja irgendwie nicht so viel zu tun haben stelle ich gerade immer wieder fest steaks haben auf jeden fall davon essen jetzt noch mal ein paar damit uns zumindest das besser geht der farme ich verstehe nicht wie es der farme nicht gut der hat doch hier zu tun es müsste ja eigentlich mehr als glücklich sei oder kann ein farmer nur so viel machen bist du in deiner arbeit als farmer nicht mehr zufrieden genug ich hoffe mal du entschließt dich noch um irgendwie weil sonst weil das nämlich recht kurze farmzeit werden ich hoffe mal mit dem paar feldern hier kommen nicht anfangen da brauchen wir überhaupt nicht anfangen wo sich was hochzuziehen addicts peace time job farmer du hier ich möchte immer noch wissen was mit ihr los ist okay aber wird der quest auf der man sich keine question offen gerade ernsthaft keine quest offen das kriege ich auch seiten ja so ich möchte es aber ungern solange ich hier noch kein essen habe irgendwie was hier anfangen das wäre nämlich nicht gut okay jetzt machte was ziemlich ein bisschen was das hat reingetan hat flachs reingetan zur weiteren verarbeitung okay gut finde ich gut dax ist eine schöne sache doch kann man lassen das kommt hier um ein ein bisschen ein bisschen weg noch einpackt will ich auch nicht nein dazu sagen ja das brauchen wir auf jeden fall table for mentions obelisk milestone milestone was in milestone habe ich irgendwas verpasst momentan schon mal produktion haben wir noch ach guck mal der mühlen stein okay was ist wenn ich den da rein ja weißt du was mir fehlt jetzt haus dafür mir fehlt ja einfach das haus dafür aber das könnte zum beispiel machen das wird doch recht gut funktionieren ich glaube ich werde auch den gesehen dass man so kurz hinbauen wird 20 davon und 25 steine ich das gerade richtig sehe wo haben wir den stein übrig glaubt hier nicht oder nicht jetzt nichts da 5 und 20 stein das heißt 10 20 1 2 3 4 5 dankeschön das müsste doch mehr als ausreichend sein dauert ein kleines bisschen bis wir das haben dauert ein klitzel kleines bisschen aber nur okay ausruhen 20 muss ich euch gleich weg genau zur richtigen zeit aufgenommen hallo okay es braucht eisen so wie es ausschaut es braucht eisen ich habe es falsch momentan über andere tag dann zurück dann einmal bitte zurück 25 mache irgendwas falsch gerade was ist hier unten hier war das ok alles klar meine leute können hier drüben an ach guck mal da haben wir angegriffen ich sag mal nicht nein dazu unseren leuten geht es in dem sind die machen mein zeug kaputt die schweine macht sie fertig genau ihr habt ihr kupferwaren das passt immer sagen ihr habt keine probleme mit denen überhaupt nicht sogar ob das war eins zu wenig wie ist es ja alles jagen und davon jagen geil einfach nur geil und sie haben einiges kaputt nach diese hundlinge wurden schon jetzt auch noch mein werkzeug kaputt gegangen ja danke auch fürs gespräch komischen ernsthaft ok wurden kraft dann habe ich mir neuen so hier eine etwas bessere variante kann ich angehen dass ich jetzt nicht vorankommen ich glaube ich brauche noch mal ein arbeit oder sowas der für mich ein bisschen mit klopft so und zwar minder weiter du darfst demnächst ein bauarbeiter einfach sein warum nicht warum denn eigentlich nicht und was kannst du machen du kannst flachsöl machen ok ich weiß nicht was aber flachsöl sagt man einfach mal wir machen immer zehn stück until und fertig damit können die schon mal arbeiten ok das heißt ich mache jetzt hier mal kurz ein cut weil ich weg muss hoffen an der stelle hat viel spaß und zuschauen es würde mich freuen wenn es nicht so mit dabei sein könntet macht's gut und wie immer